Deutsche Memes XUNA Ich dachte, ich gehe erst mal live, bevor ich live gehe Die anderen zwei Kollegen von mir, die auch noch daneben saßen, haben im Hintergrund die ganze Zeit Irgendwelche Stöhngeräusche gemacht oder auf YouTube so Stöhnvideos und das war halt kindisch und peinlich Ich bin da! Ich bin da, ist doch gut Es ist doch gut Ach, selbst wenn, ist doch egal Was machst du denn da, Tommi? Ich bin bereit, Digga, ich bin bereit Wir haben gerade zusammen Kuchen getrunken und Kaffee und mein Buch ist auch weg Also ich möchte dich bitten, dass du mir deine Tasche zeigen Ist denn da überhaupt was dran? Haben sie... Mathis, was ist zu hören? Gibt es von Scheuer denn irgendetwas Neues? Abbruch Free Fuzzle? Welcher Fuzzle? Bei mir? Oh, du hast tatsächlich ein Fuzzle, warte ich mach ihn weg Nee, das kann ich glaube ich auch selber Okay, sorry How could this happen to me? How could this happen to me? Insofern, tut mir leid, dass wir nach einer knappen Minute schon wieder aufhören müssen Vielleicht gelingt es ja innerhalb der nächsten Minuten ein Neuanfang Bis dahin eventuell Oh, ich hab Real-Life-Durst Ich hab von was Salz gegessen, jetzt hab ich... Durst Was mach ich denn jetzt? Jeder, der dort nicht erscheint Und verhindert ist und nicht kommt, braucht ein Attest vom Arzt Sonst bin ich für immer enttäuscht Was guck ich mir hier gerade an? Was... Was ist das? Als ich so 10 oder 11 war, hab ich mir so ein kleines Lego-Schwert von so einer Figur in meine Haarenröhre gesteckt Weil ich nicht wusste, was ich da mach Alright, that's it for... Magst du Pizza-Ananas? Nee, aber warte Ich glaub... Schon Das ist Italien? Ach du Scheiße Ich hab sechs Jahre Kampfsport gemacht, ich weiß durchaus, wie man trainiert Mann, Alter, jetzt hab ich mir voll die Ferse angehaut, als ich aufgezogen hab am Tisch... ... ... Okay, komm, wir holen uns mal einen Bordstein, ja? Jetzt machen wir das Ganze mal in Realität Aber stell dich hinter mich, bitte Ja? Glaubst du? Ja... Vor allen Dingen stell dich hinter mich Nee, natürlich Excuse me, what the fuck Guten Tag! Ah, hallo! Ist das die kleine Anna? Du hast aber niedlichen Hasen Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen Jaaaa! 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 ZDM? Jaaaa! Was ist gut hier? Ist alles gut Was ist das frischeste? Ist alles frisch Was ist mit dem Heilboot? Schmeckt der kräftig? Kräftig? Ich meine, schmeckt der fischig? Ist alles fisch Können Sie eine Zubereitungsart empfehlen? Nicht roh essen Was ist der beste Fisch hier? Was ist Ihr Lieblingsfisch? Ich ess keinen Fisch Nein Bruder, wir spielen um Döner Teller Was steht in meiner Hand? Sechs oder neun? Sechs Neun Döner Teller Ahmet, wir spielen um eine Pizza Errate, was in meiner Hand steht Sechs oder neun? Neun Sechs Ah, sch... Bellamy, ich kaufe von dir zehn Getränke Wenn du erratest, was in meiner Hand richtig steht Zahle ich dir die doppelt Wenn nicht, kriege ich alle geschenkt Sechs oder neun? Sechs Neun Nein Nein Hi, woran denkst du, wenn ich Corona sage? Ähm... Bier